Liebe neue Studierende und Interessenten, nach aktuellem Stand startet das neue Semester am 4. Mai. Wir haben bereits erfolgreich auf Online-Unterricht umgestellt, bis wieder Präsenzunterricht sicher stattfinden kann. Für jede Klasse existiert ein leicht zu handhabendes virtuelles Klassenzimmer. Per Livestream vermitteln die Dozierenden ihre Kenntnisse und kommunizieren mit euch. Alle bürokratischen Angelegenheiten können postalisch oder digital erledigt werden. Unsere IT-Administration hilft euch bei der Installation der notwendigen Software für den Online-Unterricht. Wir stehen für eure Fragen zu den regulären Öffnungszeiten zur Verfügung. Bis bald, euer WAF Academy Team.